Ja, liebe Jürgen Brände, was läuft der Ölbauer raus, ich? Wir bauen alles in Bord nach Öl. Wollen wir schauen, ob wir da eine 50 cm tiefe Öl finden? Jawohl! Vielen Dank. So, Loch gemacht, leider kein Öl gekommen. Bis jetzt, wir tun vor zwölf, der Bauerhaus, ich gehe essen. Ja, das Zaun setzen hat da so eine Nase, damit er ungefähr gerade im Blei ist, und zwischendurch war ein heftiger Gewitterregen, wir mussten nach Hause flüchten, und jetzt sieht es im Hintergrund schon wieder schwarz aus, aber vielleicht zieht das unten durch, ich hoffe. So, die nächste Störung kommt angezogen, äh, was ist die jetzt für Zeit? Halb sechs, der Regen kommt wieder, und wir sind noch nicht fertig mit unserem Zaun. Scheisse! Wir haben nicht aufgegeben, bei vollem Regen, aber wir haben hier den Zaun montiert. Ja. 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 Ja.